Heyo Leute, willkommen wieder zurück und ja, wir spielen hier wieder mit unserem lieben Herrn Creeper Hahaha, gleich ausgedricks, ne? Schon krass, was ich kann, ne? Dann, also, heute wollte ich ein bisschen, äh, wirklich, letztlich in, äh, ein bisschen, äh, ne, Turmacken like, like Pyramidensuche Und, ja, das machen wir heute Warte, wir versuchen das Oh Gott, das ist selbstmord Hahaha, alter, wär doch egal Auch Mals Rebecca, wieder zu, das sind Handlöchel Ach. Gott, die Musik ist so hammer geil! Ey. Ohne Scheiß Warum bekannst du so so cool diese Musik? Warum Papa twitter wieder der name geht heißt scheiße was ich war schau mal ob da ein bisschen was ist nein garotten ach doch das sind garotten und reife kartoffeln so alle reich weiter gibt es doch gar nicht das sind garotten auch kartoffeln das sind karotten nein das sind auch kartoffeln ach Gott ey keine karotten besser scheibe die dünn 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 nachfass so wir sind hier ernten schalte auch nichts oder sollte nichts schaden ja es schadet nichts so ach scheiße dünn wird so für später einfach mal das klar sein ich dann später in die malwert habe das wir brauchen muss die Samen sollten die Autos haben sein ob ich hier jetzt aber sämchen warum auch immer das hier so ist jetzt nix dagegen tun das wäre es mal ich gehe mal heute noch die noch was das war das besten genau weiter nach west wo schaffe da schafft dies schafft dies ja also ein bisschen besten haben wir wenn wir finden gar die pyramide was ist das wo er sich nicht so geil ungemacht ausprobieren würde es so ich habe ich ich habe wenn sie geht ich schon lange habe ich hier mal angegeben aber ich habe wirklich mal damit gespielt das ist gar nicht bringt gar nix halten herz was ist denn das okay so dann reicht was einfach normal laufen geht auch so Wie weit geht denn das noch, eigentlich? Nicht so weit, ne? Hier sollte eigentlich keine Pyramide sein, ne? Wasser, oh Gott, ey. Schön, dass die Chunks immer schön nachladen. Ne, drei laufen. What the fuck? Er schreibt mir jetzt ein bisschen spät. So minimal, so. Also, hier ist nichts. Hier ist auch nichts, ne? Sieht nicht so aus. Das Wasser. Ganz viel von Wasser schiebt. Da ist noch ein bisschen Sand. Interessiert uns aber gar nicht. Moment, ich gehe mal ein bisschen hier unter dem anderen Biom entlang. So. Ruf mir das hier auf, eine Pyramide. Äh, 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 äh. Äh, 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 stützen? Na, 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 peri? Pyramide, Pyramide, komm schon. Wo bist du? Genau so. Genau so. Oder so. Oder nach oben. Mal nachschauen. Da scheint nichts zu sauten. Bis jetzt? Ähm, äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Ach, komm schon. Pyramide, die muss doch so sein. Hier. Das ist so eine große Wüste, ey. Also, so eine große, es ist schmal, aber. Äh, so, gut. Ach, gleich. Nein, bitte nicht. So. Wo ist denn unsere Pyramide, ne? Wo ist sie? Wo ist die Pyramide? Geil, ist die Pyramide. Wo ist sie? Sieht, ist geil. Oh, scheiß. Wie kam ich nur zu diesem seltsamen Sieht. Mein Gott. Da gibt's auch noch nicht so sitzen. Das kann doch nicht sein. Hier muss doch... Nee. Okay, gehen wir ein bisschen hier entlang. Komm. Oder vielleicht ist sie auch auf der anderen Seite. Mal schauen. Ich muss mal echt mal nachgucken. Muss doch irgendwo eine Pyramide sein. Das ist, das ist irgendwie fast unmöglich. Fast in jeder Wüste gibt es eine Pyramide. Jetzt, die ich, äh, angeschaut habe. Heute gefunden habe ich. Naja. Also, in der ich war. So. Ach, scheiße. Autsch. Autsch. So. Wo ist denn die Pyramide? Pyriechen. Was ist denn das? Das ist keine Pyramide, oder? Ganz normal. Schreibstall. Scheibe zu, ne? Moment. Ja. Ganz normal ist dann. Schreibstall. Keine Pyramide. Scheiße. So. Scheint also, dass hier scheinen keine Pyramide ist. Aber für mich hat das Gebirge so ein bisschen geil aussieht. Ein bisschen zu geil. What the fuck, ey? Wie geil das nur aussieht. Wow. Diese Wüste ist einfach episch. Anderes Wort dafür gibt es einfach nicht so geil. Alle hier schon. Oder? Jetzt wieder Wasser. Anscheinend ist hier also keine Pyramide. Schade eigentlich. Grauen schon. Ich würde doch immer so lieb. Weihnachtsmann schenken an der Pyramide. Grauen schon. Weißt du was? Wir müssen ein bisschen mehr in die Mitte gehen. So Mie mal. Jetzt wieder unsere... Oder ist das immer... Was ist das? Okay. Woffel die Woffel. Okay. Wo sind wir hier? Jetzt mal ganz im Ernst. Bin ich hier gelandet. Wie hier? Wenn ich jetzt nicht mal zurückkomme. Dann bin ich geschissen. Nicht, das habe ich geschissen. Dann bin ich geschissen. Das... Ach scheiße, ey. Wo bin ich jetzt gelandet? What the fuck? Boah, Alter. Das wäre jetzt richtig scheiße. Weißt du was? Ne... 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 Ach. Nicht voll. Ich höre... Eine... Zombie. Einen Zombie. Einen Zombie. Einen Zombie. Juni und Apfel. Hab ich jetzt bekommen. Wey. Wo ist... Wo bin ich das? Wo bin ich das? Wo ist denn das? Also der, der zurückkommt. Weg. Verzahlen der Scheiß. Ich komme nicht mehr zurück. Ahaha. Warum? Warum bin ich weglaufen? Das ist hier auf der anderen Seite. Die Bürgerpyramide. Weißt du was? Ich glaube wir... Nehmen ein bisschen zu viel auf. Dann so wieder. Aber ich will jetzt wirklich... Nach Hause finden. Mindestens das. Ich versuche es einfach mal nach Hause zu finden, wenn ich jetzt... Trotzdem über 13 Minuten... Sagen wir mal 15, weil ich gerade nicht bin. Nee, oder? Nein. Äh, äh. Oh. Waren wir hier nicht? Hier waren wir doch. Doch, doch. So, komm, also zurück. Alles klar. Okay. Wir schaffen das also trotzdem zurück. Na gut, dann will ich ein bisschen... ...drei Schafe killen. Das sollte nicht zu viel sein. Das sollte reichen. So. Schafe. Schafechen. Nein! No! Stop it! Mystery. Weißt du was? Was man richtig einbauen könnte? Ich habe trotzdem kein Thema... ...ehm... ...eskert... ...thema angefangen. Sorry, du meinst. Das ist voll blöd. Ich weiß. Ich bin blöd. Och, ich muss langsam... ...einwie... ...nach Hause gehen. Na los. Los. Ich habe Hunger. ...anscheinend. Fassen wir... Oh, mein 2. Wir haben ja... ...Apfel. Das sollte reichen. Um wieder spenden zu können. Nach Hause. Na los. Schnell weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Scheiße. Spinne. Oh, verdammt. Gut, überwunden. Like a boss. Halt. Fähig. So. Ich halte trotzdem ein bisschen... Oh, schau mal nach einer Pyramide. Falls ihr... ...noch... ...die Pyramide irgendwie übersehen haben. Was ich aber nicht denke. Was ich wirklich nicht glaube. Aber kann ja sein. Hey. Besser mal... ...zwei mal nachzuschauen, als... Oh, scheiße. Oh, fuck, alter. Nein. Fuck, alter, fuck, alter. Fuck. Sprenn mal, alter. So, oder scheiß. Oh, der scheiß. Lass mich in Ruhe. Nein. 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 Geh weg. Spinne. Weg. Na los. Ich ertrink noch. Ein kleines Schweinchen. Mist viel. Nein. Nein. Ich bin im Wasser. Okay. Ich bin im Wasser gewesen. Alles klar. Go, go, go. Jetzt muss ich mich finden. Mich selbst. Okay. Alles klar. Los. Da, da. Musik passt auch gerade so. Perfekt. Also. Wasser, Wasser, Wasser. Wo bist du? Wasser. Na los. Komm. Wasser. Na los. Sei ein braves Kindchen. Wasser. Wasser. Sei ein braves Kind. Oh, Scheiße. Wo bin ich? Wo ist das Wasser? Sei mir nicht, dass ich... Ist das hier? Sag mir, dass es hier ist. Sag mir, dass es hier ist. Es ist hier. Oh, fuck, Alter. Oh, Gott. Oh, schön creepy. Ich bin stolz auf dich. Oh, Scheiße. Das ist richtig episch. Oh, ey. Das könnte man verfilmen. So. Oh, ne Scheiß. Geh weg. Da ist ein Zombie. Adios, Zombie. Och, ey, Alter. Wo ist denn das Wasser? So, ne Scheiß. Oh, ne Scheiß. Gib mir das Wasser. Wo ist es? Wo ist es? Zeig es mir. Wo ist es? Zeig mir das Wasser. Na los. Ich weiß, dass es hier ist. Nein. What the fuck? Ah. Ich hab nichts dabei. Ich hab nichts dabei, um mich irgendwie aufrechtzuhalten. Das ist hier. Komm schon. Oh, Gott, ey, Alter. Oh, Gott. Ich hab ein halben Herz. Ein halbes Herzchen. Kann doch nicht. Was ist hier? Nein. Nein. Bin ich. Bin ich. Bin ich. Oh, Scheiße, ey. Scheiße, 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 Scheiße. Weißt du was? Geh weg. Warum ist nicht ein Schweinchen? Seit wann? Seit wann sind Schweinchen hier? Aha. God damn it. Okay. Los. Go, 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 go. Wir müssen das finden. Ansonsten hab ich voll geschissen. Gar nichts dabei. So. Komm schon. Ich will doch nur mein Zeugs wieder haben. Na los, geh mir. Das ist das Teil. Was sind Sachen? Andere spezielle, coole Sachen. Ach, es ist hier. Komm schon. Sag mir, dass es hier ist. Sag mir, dass es hier ist. Es muss hier sein. Meine Sachen. Komm schon. Leute. Quallen. Oder, oder, oder. Wie auch immer ihr heißt. Gib mir meine Sachen. Das ist so geil aus, Alter. Er sieht es einfach perfekt. Gib mir die Blume. Yeah. Ich bin so stolz auf die Blume. Blümchen, du bist mein neuer bester Freund. Hey. Ich bin's wieder zu lange am Aufnehmen. Ich weiß es schon. Ja. Müssen wir das nicht nochmals sagen, ja? Alles klar? Also. Weißt du was? Geht das? Ach, komm. Weißt du was? Mach mir einfach mal knallhart weiter. Wir sind gestorben. Unsere ganzen Items. Plus Schwert. Das liegen irgendwo da unten. Im Wasser. Ich weiß nicht, wo das ist. Ach, scheiße. Ich bin sowas von geschissen. Oh Gott. Ist es hier? Komm. Sag mir, dass es hier ist. Komm schon. Sag mir, dass es hier ist. Alter. Ist es nicht hier. Ist es nicht hier. Ist es nicht hier. Alter. Gut. Alter. Na los. Geh rauf. Danke. Los. Wo ist es? What the fuck, Alter. Gib mir mein Zeug. Ich bitte dich an. Wo bin ich jetzt? Ich bin geschissen. Und ich spiele auch. Na los, bitte. Fang mich doch, wenn du kannst. Scheiße. Scheiße. Fang mich doch, wenn du kannst. Du kannst hier nicht rauf. Na los. Du gehst. Du gehst doch einfach. Na los. Ach, scheiße. Ich bin sowas von geschissen. Wie gesagt. Oh Gott. Ja, ich bin so gut. Singen. Ich weiß es schon. Das wisst ihr mich nie. Scheiße. Lalalala. Lalalala. Na los, bitte. Gib mir mein Zeug. Wo ist es denn? Ich bin geschissen. Oh Gott. Es ist explodiert. Hallo, Enti. Du bist scheiße. Du gehst. Na los. Oh Gott. Alter, Alter. Jetzt reicht es aber. Ich will die Blume setzen. Was willst du? Lass mich. Na los. Ah. Nein. 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 Ja. Nein. In die Luft gesprengt. Gut. Unsere Sachen sind weg. Schade. Naja. Wir haben es versucht. Wir sind hart geblieben. Und. Wir sind wieder zu viel am Aufnehmen. Adios Leute. Wir sind es manchmal. Und bis dann. Adios. Hini. Ich weiß.